Die berühmteste Diskothek von Paris und eine der berühmtesten überhaupt, Champs-Elysées. Champs-Elysées ist genau wie Jodacin singt, nämlich in seinem Lied auf die Champs-Elysées. Es ist nicht alles, was man will. Und Jodacin hat selbst hier einige heiße Momente auf die Champs-Elysées erlebt. Sie sehen nämlich die Kandelabas, sie sind nämlich alle angeleuchtet.